Kein Zeit zu verlieren. Und damit willkommen zurück. Zorin wirklich lebte hier? Es ist so weit von... ...jemandem. Enchantend, nicht wahr? Beim Minecraft-Story-Mode. Olivia? Äh, Quatsch. Petra. Irgendwas ist mit ihr. Ja, und ich fühle mich wirklich nicht in diesen Köln. Ah, komm! Es ist gut! Schau! Blüm. Hm. Nur nicht nach unten schauen. Auf geht's! Oh! Ruben... Hang auf, ich zurück. Go, 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 go! Ja... ja... Jesse! Du bist okay? Das war verrückt. Sieht so, Ruben hat das auch gedacht. Ich bin mehr überrascht, warum der Boden steigte. Das ist so wunderschön. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Es sieht schwer aus da draußen. Ja, keine Verzüßung. Komm schon, wir müssen rauskommen. Olivia und die anderen haben bereits gehört. Diese Architektur ist unglaublich. Die anderen haben bereits überrascht. Ich glaube, wir müssen uns aufstehen. Aber da unten habe ich auch was gesehen. Kragen. Oh, be quiet! Es ist nur ein punktliches Geburt. Das ist alles, was ich sage. Ich meine, schau an... Magnus, wenn ein Arzt in deinem... Sitze! Ich gehe! Oh... Oh... Oh nein, nein, nein! Du kannst nicht derjenige sein, der weggeht. Leiter! Das ist es! Ich gehe! Siehst du? Ich gehe jetzt weg! Super D&D, hier bin ich! Es ist schwer, wenn man einen Schlauch zu wählen, wenn sie immer die Schlauch aufbauen. Und ich dachte, dass sie so gut sind. Ja, ich würde nicht so weit gehen. Sie haben definitiv Probleme. Sie haben definitiv Probleme zu tun. Aber hoffentlich, sie werden die Schlauch aufbauen und weitergehen mit den wichtigsten Sachen. Was werden wir jetzt machen? Wo müssen wir jetzt gehen? Wo müssen wir gehen? Lass uns herausfinden. Lass uns herausfinden. Das ist ja... Und... Oder? Ah, er ist ja nun weg. Wenn sie eine Statue von mir gemacht haben, würde ich nicht diese Position wählen. Ich seh' so wie das. Ich bin glücklich, dass er hier kam, auch wenn es ein bisschen Persuadung dauerte. Petra. Hey Petra. Hey. Sie sagt uns nichts. Ja. Es ist Petra. Sie... Ich weiß nicht. Sieht nicht richtig. Ich habe versucht zu fragen, aber sie... Vielleicht wird sie mit dir sprechen. Sieht nicht gut aus. Die Super-TNT-Sache fühlt sich so lang. Wir vertrauen Eligard auf diesen. Also, vielleicht sind unsere Chancen besser, oder? Die ganze Zeit? Ausuntergang? Wunderbarer. Wunderbar. Jesse, ist das nicht unglaublich? Ich kann nicht glauben wir sind eigentlich hier. Allerdings geht der Typ mir mega auf den Sack. Mittlerweile. Oder folgen wir Elagard. Die ja doch ein bisschen besonderer ist. Und ich würde ganz ehrlich sagen, ich folge jetzt einfach mal Elagard. Petra, bist du okay? Ich bin sorry, ich meine nicht, dich zu beantworten. Ich habe nur etwas, das ich mit dir mit dir in privaten diskutieren möchte. Aber lasst uns auf die Seite. Ah, okay, gut. Rücken bis gut. Ich fühle mich schlecht, um alle anderen zu verabschieden, aber ich wollte nur mit dir sprechen, um das allein zu sprechen. Es ist ein bisschen schwer zu sprechen. Hey, whatever it is, I trust you. You can tell me. Thanks for being so understanding. You got me away from the wither storm. But I'm worried that I didn't get away soon enough. What? She's withered. It showed up not too long after you saved me. Do you know what wither is? The wither? Of course, we've been... No, Jesse. Just wither. Or wither sickness, I guess. And I feel like it's just gonna keep getting worse. Well, we're gonna go back and tell the others we can get help. You can't tell anyone about this. Huh? Hi, creeper. Creeper! Grab my hand. Pull you up. Ow! Oh nein, oh nein, oh nein. Jesse, I just couldn't... I'm sorry. Jesse? Don't worry, I'm fine. I don't want to let her take care of her. Okay, I got this. Stay safe. I'll find a way down to you. Rum. Wir müssen das Ding abholen. Shit. Ich hab doch Feuerstein. Aber ich kann's nicht nutzen. Scheiße. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt hier rumzulaufen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt hier rumzulaufen. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, jetzt hier rumzulaufen. Okay, okay. Wir sind hier lange angekommen. Wow Wow Okay, okay Und damit würde ich auch sagen Herzlich willkommen zurück Beim Minecraft Story Mode Und hier sind die neun unsichtbaren Blöcke aus 1.8 eingefügt worden Wow Das war kein Mob Ich hätte glaube ich nichts sagen sollen Hallo Hallo Ja 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 Ich habe nicht einen Monster geworfen, um zu lassen, um einen anderen wegzunehmen. Ich bin der einzige, der den Widerstorm zu verhören kann! Nicht du, nicht der Ordner! Mach dich selbst die Fehlenden in meiner Geschichte. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. I like the wind! Out of it! I'll come through you if I have to! Don't tempt your fate. No! So intense! Ha ha ha! Ha ha ha! End of the rail, Ivor. We're not letting you get away with this. That's all so. This one's on you, you puffed up fool! No! There's no time for this. Jesse! Petra! Even more of you? Will this parade of useless babblers never cease? What's going on? We found Ivor. We stopped him. Jesse did, anyway. False. You have stopped nothing. The Query. Have you ever seen the effects of a splash potion of slowness? What are you talking about? Magnus and Eligard may think they can stop me. That they can destroy the Wither Storm. But they are mistaken. And it will cost them their lives. This is Mobile Minecraft Story Mode. This is Mobile Minecraft Story Mode. Next time on Minecraft Story Mode. In pursuit of answers, all our heroes found in Soren's armory was deceit and treachery. Locked in a dark chamber deep in Soren's mountain, as the Order of the Stone rides off towards near certain doom, our heroes must ask themselves, would they find a way out of this dark tomb? Is there any way to cure Petra's wither sickness? Would they find a way to defeat the Wither Storm? Or would they remain trapped as it continues its ravenous rampage across the entire world? Only time will tell. Only time will tell. Whoa. Hm. So, so richtig, dass man nachts verlässt. So. Boah, alter Schwede. Das war's auch schon mit dem zweiten Kapitel. Das ging ja schneller rum, als ich dachte. Ich hab jetzt echt mit, äh, noch länger gedacht. Und es ging sehr schnell vorbei. Und wieder mal kann ich nur sagen, alter Schwede, wie geil ist das denn? Also, klar, es ist jetzt nicht das Hammerspiel, die, 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 die Hammer, äh, Story und bla. Aber dafür das, was man in Minecraft, oder wie man Minecraft umsetzen kann, inklusive der Griefer. Und hast du nicht gesehen? Ey, es, also Respekt, ganz ehrlich. Ich find das richtig, richtig gut gemacht. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freu mich jetzt schon auf den nächsten Teil. Wow. Ich bin gerade echt fasziniert und gleichzeitig schockiert. Und ich frag mich wirklich, ähm, mit Petra, ob man sie da irgendwie heilen kann. Ich frag mich, ob, 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 ob wir Ivor noch aufhalten. Es sind so viele Fragen gerade offen. Und ich frag mich auch allerdings, ob, ähm, man Leute verlieren kann. Zum Beispiel Room, ob man irgendwie die Möglichkeit hat, auch Room sterben zu lassen. Nicht, dass ich es sein, äh, haben wollte. Ich wäre ziemlich traurig darum, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche alles, um alle irgendwie gut am Leben zu halten und für alle das Beste zu machen. Boah, ich bin fix und fertig gerade nach der Aufnahme. Und danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich lasse die Credits laufen. Bleibt so wie ihr seid. Wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder vom Minecraft Story Mode. Bis dahin, euer Stormy. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin, ja. W Dr. Lovfall – Benjamin Dinos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020